Bada Upave Shasana ist die verschränkte Hockhaltung. Raffaela zeigt, wie es geht. Hocke dich hin, am besten mit Füßen auseinander, und dann verschränke die Arme hinter den Rücken und fasse, wenn möglich, mit den Fingerspitzen an der Innenseite des gegenüberliegenden Oberschenkels. Das ist Bada Upave Shasana, die gebundene Hockstellung oder verschränkte Hockstellung, auch genannt Bada Malasana.